Mal zeigen, wie das dann funktioniert, wie man das dann faltet. Ich muss dann das Ding weglegen. Ich halte es dir. Ja, okay. Das ist ganz einfach. Das ist der Double Twist. Der geht so. Es ist an Napoleon angelehnt. Und man kann natürlich auch dann so drehen. Aber grundsätzlich wäre es halt... Zeig mal, was du noch kannst. Ich gebe dir mal 30 Sekunden und du zeigst uns mal möglichst viele Tragarten. 100 wirst du nicht schaffen. Also das hier wären schöne Hüte sozusagen. Die kann man natürlich dann modifizieren. So tragen. Oder wie gesagt, nur einmal durch. Entweder so, so schräg, so runterdrehen, so, so edel. Oder halt, wie gesagt, überkriegen. Das ist hier sozusagen natürlich Hochstatus. Ich glaube, das könnte mir nicht noch so eine Stunde weitermachen lassen jetzt. Das ist aber dann schon wieder milder. Das wäre jetzt hier milder. Und wenn man natürlich dann hoch trägt, ist man wieder ganz lässig. Und... Untertitelung des ZDF, 2020